jo leute willkommen auf einem kanal hier ist wieder jirio und zwar geht es um den sparrow geteilte freude vielen scheint auch fraktal rollen zu fehlen und ich möchte euch heute hier das rezept verraten und zwar da gehen wir einmal auf den feststagsofen und wie ihr seht habe ich schon die rezepte eingegeben einmal wechsmilch und eine prise licht dann machen wir noch essenz dabei und fertig ist das neue gericht so das geben wir jetzt so schnell bei dem ab hier war sie ist zufrieden mit mir und wir sehen könnt alles fertig ja ich bedanke mich und freue mich auf ein nächstes mal bis dann ciao